Was ist das Beste heute hier auf der Flosserkämmer? Dass ich Geburtstag habe! Das Beste ist die Stimmung. Das ist die Veranstaltung im Jahr. Alle, die hier sind, sind komplett geisteskrank. Es gibt keine Veranstaltung, wo sich jeder im Landkreis für Montag Urlaub nimmt. Dass er hier sein kann und sich da gute Zeit machen kann. Das ist schon grob. Man trifft so viele Leute, wenn man das ganze Leben erzielt. Die ganzen Leute sehen, warum man sonst eigentlich nie sieht und bloß auf der Flosserkämmer. Die ganzen besoffenen Leute finde ich sehr lustig. Ganz viel Spaß zur frühen Morgenstunde. Und Alkohol. Und Alkohol. Was macht die Flosserkämmer aus für dich? Hauptsache viel Alkohol heute. Das ist das Wichtigste. Gute Stimmung. Gute Leute. Gute Laune. Gute Laune, ja. Alkohol. Die Schnappspaar. Das Bier. Die Masse ist hier sehr günstig. Alles. Dann kommen Glücksgefühle auf. Und noch Bier durch, dann muss man auch sagen, es ist halt einfach schön. Viel Schweiß, viel Alkohol. Viel Schweiß, viel Alkohol. Danke. Na. Die Masse. Das Bier auf. Gute Laune. Ere. Die Masse. Es wird auch leichter gut. Die Masse. Vielen Dank.